Unser Leben ist voller Energie. Ob wir unser Telefon laden, unser Essen zubereiten, unser tägliches Brot verdienen oder die Welt ein Stückchen besser machen. Die Welt wird digitaler, agiler und umweltfreundlicher. Grundlage dafür ist die zuverlässige Versorgung mit Strom. 5000 AXPO-Mitarbeitende setzen sich täglich für die Produktion von klimafreundlicher Energie ein und dafür, dass sie dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Von der Produktion über den Handel, die Verteilung bis zum Verkauf, decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab. Wir betreiben Anlagen in der Schweiz, unserem Heimatland, wie auch in Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland. Und mit unseren Tochtergesellschaften, Volkswind und Urbas Solar, sind wir ein wichtiger Player im internationalen Geschäft mit Onshore-Wind und Großsolaranlagen. In Europa sind wir die führende Vermarkterin von erneuerbaren Energien. Und um den Ausbau zu fördern, bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Stromabnahmeverträge an. Unsere Expertise zeigt sich auch im Energiehandel, vom Intraday-Handel bis zu Mehrjahresverträgen. Dabei sind wir immer da, wo unsere Kunden sind. Mit über 30 Standorten weltweit. Und mit unseren Tochtergesellschaften liefern wir den Strom bis zu unseren Privatkunden nach Hause. Wir denken heute schon, dass morgen. Wir schaffen Marktplätze mit digitalen Plattformen und entwickeln Energielösungen auf der Basis von Technologien wie künstlicher Intelligenz, Machine Learning, Blockchain oder Big Data. Die Technologien von morgen sind aber nichts ohne unsere Mitarbeitenden von heute. Und auf diese sind wir stolz. Diversität, Teamgeist und Kundenorientierung sind bei uns nicht nur Worte, sondern der Schlüssel zum Erfolg. Die Schweiz verlässt sich auf eine sichere Stromversorgung und damit auch auf Axpo. Denn wir produzieren, handeln und vertreiben Energie für über 3 Millionen Menschen und zigtausend Unternehmen. Insgesamt stammt rund ein Drittel des Schweizer Stroms von Axpo. Und genauso wie der Energiebedarf wächst, wächst auch der Wunsch nach Nachhaltigkeit. Als größte Produzentin erneuerbarer Energien in der Schweiz nutzen wir die Kraft der Natur. Sei dies mit Biomasse, Wind- und Solarkraft oder unseren über 100 Wasserkraftwerken. Gleichzeitig arbeiten wir an innovativen Lösungen, zeigen neue Wege auf und gestalten so die Energiezukunft mit. Ferngesteuerte Boote und Drohnen sind schon jetzt unsere zuverlässigen Helfer bei der Überwachung unserer Netzanlagen und Stauseen. Axpo – wo 100 Jahre Erfahrung auf neue Ideen treffen.